Ich heiße Sie, ganz herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Die Wiesenhändler setzen nicht nur darauf, dass in den USA bald das Zinshoch erreicht ist, sondern erwarten sogar schon Zinssenkung. Schauen wir mal auf die Charts, den Risiko und Vice gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir gehen direkt rüber zum Euro-Dollar-Chart und fangen mal mit der Monatsperspektive an. Und zwar hat das Paar im letzten Jahr den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten erreicht. Und dann hat sich der Euro gegenüber dem Dollar deutlich erholen können. Und zwar insgesamt um mehr als 1500 Pips in der Spitze. Es gab ja jetzt auch schon ein paar kurzfristige Gewinnmitnahmen. Wir gehen runter in den W1 und hier haben wir einen klaren Aufwärtstrend nach dem Richtungswechsel beziehungsweise dem Bruch über den wichtigsten Hochpunkt. Und jetzt haben wir Hochs, beziehungsweise höhere Hochs und höhere Tiefs. Und was bedeutet das, dass wir, wenn der Trend fortgesetzt wird, höhere Hochs erwarten können. Und nach einem Bruch über 1,1033 wäre zu erwarten, dass wir die 1,1185 anvisieren. Und dann könnte es auch sogar in Richtung 1,1494 gehen. Kurzfristig gab es jetzt einen Fehlausbruch am Hoch bei 1,1033. Also ein neues Jahreshoch in der Vorwoche, aber eben nicht der nachhaltige Bruch. Das Hoch wurde erreicht bei 1,1075. Das allein reicht natürlich nicht aus. Um von einem Richtungswechsel zu sprechen, wir wissen, der Markt kommt von hier unten, hat hier das Hoch erreicht und hier gab es jetzt eben einen Fehlausbruch. Das heißt, der wichtigste Bezugspunkt auf der Unterseite bleibt hier unten bei 1,0482. Dieser Bereich muss durchbrochen werden, damit ein neuer Abwärtstrend eingeleitet wird. Die Spekulation natürlich der Bären, eine mögliche Top-Bildung, aber so etwas reicht eben nicht aus, um dann auf eine Trendumkehr zu setzen. Also die Idee ist also, dass man sich dem intakten Trend anschließt und dann eben die Meinung über den Markt ändert, wenn wir letztendlich wichtige Marken nicht gehalten haben. So, die wichtigsten Marken für das kurzfristige Bild können wir kurz ansprechen. Und zwar gibt es einen wichtigen Hochpunkt bei 1,0973. Das ist das Zwischenhoch gewesen hier, das Hoch von vor zwei Wochen. Wir haben auf der Unterseite einen Bereich bei 1,0929 mit vielen Berührungspunkten. Und wir haben noch das Tief der Vorwoche bei 1,0831. Wichtige Widerstände bei 1,1033 und dann bei 1,1075 das Jahreshoch und dann bei 1,1185. Warum sind wichtige Marken auf der Ober- und Unterseite zu nennen? Wir gehen jetzt runter in den M15, denn kurzfristig sollte man eben flexibel bleiben und schauen, wie sich dann letztendlich der kurzfristige Trend entwickelt. Wir wollen Folgendes sehen oder ich habe das ja auch schon öfters präsentiert. Höhere Hochs und höhere Tiefs, wenn der Markt über den gleitenden Durchschnitt notiert. EMA 50 und EMA 20. Wir hatten hier zum Beispiel eine Phase, die sehr bullish war. Und da sehen wir eben immer wieder höhere Hochs und höhere Tiefs nach einem Crossover. Hier gab es auch wieder ein Crossover und dann sehen wir immer tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Interessante Situation. Die gleitenden Durchschnitte wurden kurzfristig überschritten. Es gab aber eben kein Crossover, also noch keine Bestätigung für ein bullisches Umfeld. Das, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass kurzfristig Unterstützungsmarken nicht gehalten haben. Das heißt, das Umfeld bleibt eigentlich eher bearish. Und das heißt, nach einer Abwärtsbewegung und einer Gegenbewegung könnte man erwarten, dass der Markt eben weiter fällt. Wohin? Zu den vorhin genannten Unterstützungsmarken. Und wenn der Markt nach oben driften sollte, ein klarer Aufwärtsimpuls. Und wenn es dann ein Crossover gibt, EMA20 kreuzt den EMA50 von unten nach oben, dann hätten wir eben wieder die Möglichkeit auf eine Trendfortsetzung im großen Bild. Das war es von mir. Lass gerne einen Daumen da. Viel Erfolg für heute natürlich. Und wer sich mehr Details wünscht, dem kann ich dann natürlich nur mein Video nahe legen. Da gibt es wie immer die Verlinkung unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.